ich werde machen ein stylisch bewerten tefelschwert Sparta da muss Sparta ja das ist Sparta also dann das Schwert oh da dachte ich mir vorstehen da kam ein bisschen dann der gleicher wir kommen aber schon das Spiel freue ich mich drauf aber erstmal anpassen würde ich mal gehen das mal ich finde ich sicher das zehntal ist das Bild auch ändert aber schon sagen tun was man ja auch ne ich bin ja genau reform ich würde sagen wir holen uns die Combo erstmal die Shadow Combo nacht mir nacht mir nacht mir das Combo oh das ist oh das ist das nächste Kriegplevel ist das jetzt oh endlich oh das brauche ich mal das ein bisschen schneller unterwegs ist so jetzt sparen wir dann auf auf das nächste erstmal damit dann äh damit wir das Probe und haben soweit Neck mir da ist dass wir oben drauf sind dass man hier auf dem Boden sind und Mission Start Teufelschwert Sparta mehr erfahren wie der Sparta ist ganz einfach schau die blöde Steven McRae 1 einfach mal an und dann wisst ihr ganz genau was das ist ja und den Anime am besten anschauen der ganz schlechter nicht Let's Play weil das ein Anime ist und den Anime müssen wir sich selber wahren gucken jetzt um einen Ex 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 jetzt um den jetzt müssen wir tun jetzt mehr hey Ach ja. Oh, das ist cool. Ich hätte gerade mal ein Dämon aufgetaucht, aber doch nicht. Da haben wir schon mal die nächste Wurzel, die ist direkt über uns. Oh! 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 Was ist das? Das war's noch mit dem Das war's noch mit dem Zaaack Ok, schafft Ich muss das nächste befreien Zaaack Ok, gut Ey, groß das Ding ist Na gut, wunder das war größer So, da haben wir noch was hin Ok Ok, da greife ich richtig auf Volk, praktisch Das würde, das wird nicht angezeigt, weil ich es mir mit aktiviert habe Also wir müssten hier Hier bei mir, zumindest bei meinem Desktop, deswegen ist die aktiviert Ok Ok Ehm Gut, nur noch mal Weihre Ordine Ja Ehm Ich bin Ich bin Oh Ich bin Ich bin Ich bin Du spielst du das first? Du spielst du das? Du spielst du! Du spielst du das, ich hab das. Du spielst du! Du spielst du! Du spielst du! Und das war's